Karl! Du darfst jetzt nicht aufgehen! Nicht jetzt! Nicht so kurz vor dem Ziel! Ich will nichts mehr davon hören, Nathan! Als ich dich kennenlerne, da wolltest du die Welt verändern! Ja, aber ich habe keine Kraft mehr! Nicht mehr! Wir haben uns einmal etwas versprochen! Wir haben uns versprochen, dass wir nie aufhören, an uns zu glauben! Wenn du jetzt aufgehst, dann war alles umsonst! Alles, was du getan hast! Was wir zusammen durchgemacht haben, all die Jahre! Ich will einfach nicht glauben, dass unsere Träume ein Ende haben! Brothers! Walter! 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 Musik Musik Wenn wir zu Fuß gegangen wären, würde ich mich jetzt nicht im Jahregalter führen. Wenn wir zu Fuß gegangen wären, würden wir keinen Eindruck machen. Und nur darum geht es heute Abend. Was für einen aufgelaufen. Wen darf ich dem Gast lieber melden? August Ritter und Karl Betz. Karl? Karl! Meine liebe Werther, ich verstehe Ihr Züge nicht. Unsere Eltern haben doch bereits seit Wochen Ihr Einverständnis gegeben. Wir sollten die Verlobung endlich bekannt geben. Vor uns liegt eine blühende Zukunft. Darf man schon gratulieren? Wir warten nur noch auf den richtigen Augenblick. Nun, dann wünsche ich uns allen einen verheißungsvollen Abend. Es ist eine Revolution. Ein Fortbewegungsmittel, das nicht mehr auf Schienen angewiesen ist. Und auch nicht mehr auf die Zugriff von Pferden. Meine Erfindung wird jedem die Möglichkeit geben, überall hinzureißen, wo es ihn beliebt. Ich spreche hier von der vollständigen Demokratisierung unserer Mobilität. Das Projekt wird in zwei Phasen vonstatten gehen. Phase 1, die Entwicklung eines zuverlässigen Gasmotors. Phase 2, die Konstruktion eines Wagens, der von diesem Gasmotor angetrieben werden kann. Darf ich offen sein? Ihr Projekt überzeugt mich nicht. Du weißt doch nicht, was für ein Glück du hast. Sieh dich doch mal um. Und hast du die Kleider von Wilhelms Schwestern gesehen? Und ihren Schmuck? Ja, das habe ich. Wilhelms war ein gut aussehender, erfolgreicher Mann. Er wird dir all deine Wünsche erfüllen können. Meine Wünsche lassen sich aber nicht mit Geld erfüllen. Ach, Werther. Herr von Manstedt, anfangs war meine Reaktion genauso zurückhaltend wie Ihre. Inzwischen jedoch... Mein lieber Herr Ritter, würden Sie mir nicht auch zustimmen, dass es genug Pferde auf der Welt gibt? Selbstverständlich. Aber... Wozu sollte man dann einen Wagen erfinden, der ohne sie läuft? Aus vielen Gründen. Zum einen, weil die Unthaltung von Pferden und das entsprechende Personal nicht für jeden erschwinglich ist. Warum sollte es? Hinzu kommt noch, dass Pferde auf längeren Strecken schnell ermüden, was insbesondere dann ein Problem darstellt, wenn schweres Gepäck transportiert werden muss. Für den Fall haben wir aber doch schon die Eisenbahn. Oder etwa nicht? Hier steckst du. Wilhelm hat schon nach dir gefragt. Fühlst du dich nicht wohl? Ich möchte gerne nach Hause. Bitte? Ich weiß nur nicht, wo ihr der Kopf steht. Das ist die Aufregung. Ich möchte jetzt bitte nach Hause. Jetzt machst du uns hier bitte keine Szene, sonst verdirbst du wieder alles. Ach, was denn? Die Aussicht, dass Wilhelm Vaters Unternehmen nach der Hochzeit alle Kredite sichert? Herr Thar, eine derartigen Vorwürfe verbitte ich mir. Du entschuldigst dich sofort bei deinem Vater. Und wer entschuldigt sich bei mir? Ich dachte, es geht hier um meine Zukunft. Und wie soll die aussehen? Du bist jetzt Mitte 20 und weißt noch immer nicht, was du willst. Ständig neue Fantasien. Du musst akzeptieren, in was für einer Beth du bist. Es wird ganz einfach Zeit, dass wir einen Mann an deiner Seite wissen. Und es gibt wahrlich keine bessere Wahl. Na wunderbar. Schabalot. Wissen Sie, mir sind in den letzten Jahren so einige revolutionäre Ideen präsentiert worden. Fast alle davon waren lächerliche Irrengespinste. Ich finanziere nur die Ideen, die wirklich nützlich sind. Bei allem Respekt. Wie wollen Sie den Unterschied erkennen? Dank jener Erfahrung, die Ihnen offensichtlich noch fehlt. Und nun muss ich mich an diesem besonderen Abend wieder meinen Gästen üben. Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Weitblick. Die Bereitschaft für eine Vision. Carla. Wenn es nach Leuten wie Ihnen ging, würden wir wahrscheinlich immer noch in Höhlen leben und an die Wände kritzen. Carla. Und das Feuer würden Sie nur denen erlauben, die Sie dafür fürstlich bezahlen. Genug, genug, verdammt. Wie kannst du es wagen? Herr Wumannstedt hat sich nicht die Zeit genommen, um sich so arrogant beleidigen zu lassen. Da haben wir etwas gemeinsam. Lassen Sie sich von mir nicht stören. Ich bin nur ein nutzloser Träumer. Damit sind Sie nicht allein. Verzeihen Sie. Ich habe nicht gesehen, dass Sie... Und? Wovon träumen Sie, wenn ich Fragen habe? Von einer Welt, in der vieles anders ist. In der man mir endlich zuhört. Und mir erlaubt, eigene Wege zu gehen. Und eigene Ideen zu haben? So sinnlos, wie manchen Leuten auch erscheinen würden. Von so einer Welt kann man wohl nur träumen. Es sei denn, man ist bereit, etwas dafür zu tun. Sie sind mit einer Kutsche hergekommen? Ja. Aber meine Eltern besitzen keine eigenen. Obwohl sie vielleicht darauf spekulieren, sich bald eine leisten zu können. Und dazu noch eigene Pferde. Eines Tages wird man mit einem Wagen reisen, den keine Pferde mehr ziehen müssen. Stattdessen wird ein kleiner Motor für seinen Antrieb sorgen. Das Reisen wird kein Privileg der Reich mehr sein. Stattdessen soll sich jeder dem Pferdelosen Wagen leisten können. Jeder. Sie meinen das ernst? Natürlich. Und haben Sie haben Sie so ein Gefährt etwas schon gebaut? Nein. Noch nicht. Aber das werde ich. Bertha! Bertha! Vater. Darf ich dir Herrn... Benz. Herrn Benz vorstellen? Wir haben uns sehr angeregt unterhalten. Friedrich Ringer ist sehr angenehm. Ich bitte meine Fachte zu entschuldigen Sie. Vergiss zu weinen, was sich gehört. Haben Sie keine Sorge. Auch ich habe diese Unterhaltung sehr genossen. Jetzt über diesen kindischen Benehmenhaften in der Warte. Sie behält dir draußen nichts und niemand. Hätte es dir wirklich so schwer, dich für diesen Mann zu entscheiden. Ah, da ist sie ja, da ist sie ja. Es geht dir schon wieder viel besser. Was hatte sie denn? Ich bekam keine Luft mehr. Nur wegen der Aufregung. Wegen der Aufregung. Ja, verständlich. Aber nun, da wir alle hier sind, sollten wir doch die besprochene Ankündigung machen. Ja. Kann ich Sie kurz sprechen? Geht es Ihnen besser? Willhelm, ich... Ich weiß, ich weiß auch, ich bin heute Abend aufgeregt. War nicht. Ich kann mich nicht mit Ihnen verloben. Aber ich liebe Sie. Ich fürchte nur, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von der Liebe. Ja, aber... Es tut mir leid. Ich habe sie schon gesucht. Mich? Karl! Ich wollte Ihnen Herrn Vater fragen, ob er erlaubt, mit ihm zu tanzen. Darüber entscheide ganz allein ich. Darüber entscheide ganz allein ich. Du hast uns mit deinem Verhalten bloßgestellt. Wie konntest du die von Manstedts dermaßen brüskieren? Sie waren bereit, dich als ihre Schwiegertochter zu akzeptieren. Aber ich liebe Wilhelm nicht. Du verstehst immer noch nicht, dass du eine gesellschaftliche Verpflichtung hast. Bertha! Ich will aber keine Vorzeigegattin sein, die man wie ein Möbelstück herumrückt, bloß damit sie zur Einrichtung passt. Ich will das einfach nicht. Wollt ihr wirklich so eine Zukunft für mich? Wozu... Wozu habt ihr mir dann überhaupt eine ordentliche Schulbildung finanziert? Sicherlich nicht, damit du jetzt zuvor laut bist. Und dann musst du auch noch mit diesem Taugenichts anbändeln. Herr Benz ist kein Taugenichts. Mit seiner Erfindung würde die Welt verändern. Deine hat er ja anscheinend bereits verändert. Ja. Und ich bin weißgottfroh darüber. Herr Ringer. Was ist denn, Luise? Da ist jemand für Sie an der Tür. Ich habe doch gesagt, keine Störung. Aber der junge Herr lässt sich nicht abwimmeln. Einen besonders guten Tag wünsche ich, Herr Ringer. Besonders? Ja. Ja. Was fällt Ihnen ein? Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie nicht nur meine Familie, sondern auch sich selbst unmöglich gemacht haben? Ich verstehe Ihre Empörung, Herr Ringer. Aber es war mir nicht bekannt, dass Sie vor einer Tochter bereits jemandem versprochen war, zu dem Zeitpunkt. Dann sind Sie also hier, um sich zu entschuldigen. Vor allem bin ich hier, um Sie um Erlaubnis zu bitten, Ihre Fräulein-Tochter wiedersehen zu dürfen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich Sie und Ihre Frau Gemahlin gemeinsam mit Ihrer Tochter zu einer kleinen Landparty einladen dürfte. Das dürfen Sie nicht. Meine Tochter hat kein Interesse daran, dass Sie hier weiter den Hof machen. Leben Sie wohl, Herr Benz. Fräulein Ringer? Entschuldigen Sie bitte, ich... Komm, ich ungelegen. Nein. 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 Ich heiße Sie willkommen in meiner bescheidenen Werkstatt. Das sieht alles nach sehr harter Arbeit aus. Sind Sie... Sind Sie allein hergekommen? Ich hoffe, das schockiert Sie nicht. Ich hoffe, das schockiert Ihnen Ihren Vater nicht. Weißt du davon? Natürlich werde ich Ihnen davon berichten. Ich habe nicht damit gerechnet, Sie wiederzusehen. Ich konnte einfach nicht aufhören, an Sie zu denken. An Ihre Pläne. Für Ihre Erfindung. Das sind natürlich alles noch sehr grobe Erste Entwürfe. Zuerst muss ich eine geeignete Antriebsmaschine bauen. Aber... Sie meinen das wirklich ernst? Ja? So ernst, dass es einigen schon wieder Angst macht. Ich bin nicht so schreckhaft. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Korinna. Du darfst meinen Eltern nicht sagen, dass ich ihn wiedergesehen habe, ja? Natürlich nicht. Was sagen eigentlich seine Eltern dazu? Wann wirst du sie kennenlernen? Sie leben nicht mehr. Bertha? Hast du eigentlich gar keine Angst vor der Zukunft? Nein. Einen Moment. Einen kurzen Augenblick. Jetzt. Genau jetzt. Bitte nicht mehr bewegen. Es dauert nur zwei Minuten. Ich bitte jetzt so lange... Nicht bewegen. Ich liebe dich. Nicht bewegen. Ich steige aus, Karl. Ich betrachte unsere Geschäftsbeziehung als beendet. Das kannst du nicht machen. Ich hab so satt, mir von dir meinen guten Ruf kümmern zu lassen. Herr von Nachschnitt war nicht der Einzige, aber ganz bestimmt der Letzte, von dem du mich unmöglich gemacht hast. Wie soll es denn dann mit der Firma weitergehen? Das weiß ich nicht. Aber dir wird schon was einfallen. Du bist doch sonst immer so erfinderisch. Warum ist der pferdelose Wagen? Das ist doch alles nur ein Hirngespinst. Kein Mensch wird sich jemals dafür interessieren. Dieses Hirngespinst wird die Welt revolutionieren. Weißt du, was tragisch ist? Wenn jemand, dem eigentlich die Welt offen steht, sein ganzes Glück verspielt, weil er aufs falsche Pferd setzt. Ich werde nicht aufhören, ranzuglauben. Niemals. Viel Glück, Karl. Du verstehst doch. Bevor ich dich heirate, will ich dir erst ein gesichertes Leben bieten können. Ich besitze nicht viel. Und die Höhe von Ritters Einlagen war beträchtlich. Und? Und? Ich werde alles darin setzen, sobald als möglich schuldenfrei zu sein. Das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir von ganzem Herzen. Aber ich weiß auch, ich kann nicht von dir verlangen, dass du auf mich wartest. Darf ich ihn und ihre Gatte neu abspringe? Entschuldigung. Hat er dich geschickt? Natürlich nicht. Er hätte versucht, mich davon abzuhalten. Und warum versuchst du es dann trotzdem? Hinter seinem Rücken? Weil Karl sonst die nächsten Jahre ausschließlich damit beschäftigt sein wird, seine Schulden abzutragen. Anstatt seine Vision in die Tat umzusetzen. Und du glaubst, er ist dazu in der Lage? Ich kenne ihn. Und du weißt selber, was die Leute über ihn sagen. Ja. Dass er Außenseiter ist. Der sich von niemandem zur Vernunft bringen lassen will. Dass er ein brillanter Mechaniker ist. Und dass der pferdelose Wagen eine überaus bedeutende Erfindung sein könnte. Aber 4.000 Goldmark, Bertha. 4.244, um genau zu sein. Das ist ein Vermögen. Nein. Ausgeschossen. Und wenn du schon jetzt meine Mitgift auszahlen würdest? Ich weiß das, was ich da von dir verlange. Ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich ist überrascht im Allgemeinen bei dir nicht. In diesem Falle würde ich es Kopflosigkeit nennen. Ich liebe Karl. Und du glaubst es genügt? Wie konntest du das mal tun? Ich verstehe dich nicht, Karl. Mit dem Geld aus meiner Mitgift wärst du deine Schulden bei Ritter mit einem Schlag los. Ist dir denn nicht klar, was dein Vater jetzt von mir denkt? Aber das Wichtigste ist doch, dass du endlich deinen Traum wahrmachen kannst. Manchmal machst du mir Angst. So sehr, wie du an mich glaubst. Ich glaube an uns, Karl. An uns. Diese Lebensmut ihrer Tochter ist wahrlich benadenswert. Glauben Sie, dass das Schicksal gut mit dir meint? Viel Glück mit dir. Verehrte Frau Ringer, Gott behütet uns so von deinem Weg. Aber für den Weg, den wir einschlagen, sind wir selbst beantwortlich. Ich versichere Ihnen, sämtliche Ansprüche sind ab dem 1. August abgedeutet. Da befindet sich die Firma komplett in meinem Besitz. Ich möchte noch einmal betonen, wie dankbar ich hier in Windeson. Meine Tochter liebt sie, Benz. Und im Grunde meines Herzens hatte ich immer schon etwas für begabte Spinner übrig. Bitte schon. Aber, wenn ich eines Tages sehen sollte, dass Sie mein Kind unglücklich machen... Das wird nicht passieren. Niemals. Herzlichen Glückwunsch. Auf das Hochzeitspaar. Möge Gott das Leben der beiden segnen. Auf das sie beide ihr Glück finden und alle ihre Träume sich erfüllen. Sie leben hoch. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Geh schneller, du kriegst mich nie. Stopp. Kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Habt dich gleich. Eugen, Richard. Geht zu mich. Geht bitte auf dem Hof. Na gut. Ich hab dich gleich. Geh schneller. Und passt auf Klara auf. Ja, mache ich. Gut, erledigt's. Alles klar. Bis dann. Herr Benz, neuer Auftrag. Die Schlösser hier, die sollen bis zum nächsten Wochenende fertig sein. Halten wir uns ran. Herr Benz. Ja. Vielleicht sollten Sie nicht jeden Auftrag annehmen. Ich kann auf keinen Kunden verzichten, Josef. Was ist mit dir nach Findungen? Ich habe eine Familie zu erlernen. Und der letzte Lohn steht auch nach Hause. Ich arbeite so und so gerne für Sie. Es ist, als ob die Welt sich immer schneller dreht. Manchmal ist es, als hätte sich alles gegen einen verschworen. Erst der Zusammenbruch der Börse, dann die Hohlzinsbelastung. Ich wünschte wirklich, ich könnte dir und den Kindern ein Haus außerhalb des Werks geländes bieten. Dann würden wir dich ja noch seltener sehen. Mach dir keine Sorgen. Ich würde schon jemanden finden, der mir noch ein wenig Geld leiht. Ich könnte auch noch einmal mit meinem Vater reden. Nein. Nein. Wir schaffen das allein. Ich kann nicht schon wieder anschreiben, Frau Benz. Ich weiß, dass für Ihren Mann die Geschäfte schlecht laufe, aber... Machen Sie sich um meinen Mann mal keine Sorgen. Er arbeitet an etwas ganz Großem. Gesegneten Appetit. Gesegneten Appetit. Karl? Warum schliefst du nicht? Karl? Ich habe Josef erst einmal entlassen müssen. Es ging es einfach nicht mehr. Wenigstens konnte ich ihn ein letztes Mal ausbezahlen. Wer würde das anderes finden? Er hat mir Glück gewünscht. Uns. Dass wir bei allen Sorgen eines nicht vergessen sollen. im Pferdelosenwagen. Im Pferdelosenwagen. Benz, wir haben doch nicht etwa eins von Pferden. Nur Respekt, nur Respekt, Herr Bühler. Die Fotoklatten sind in meiner Werkstatt. Warten Sie bitte. Ich möchte mich doch gerne persönlich davon überzeugen, ob Sie für meine Zwecke überhaupt taugen. Ihre Kollegen konnten meinen Ansprüchen bisher nie gerecht werden. Ich bin sicher, mit meiner Arbeit werden Sie zufrieden sein. Ja. Mal schauen. Respekt. Respekt. Darf ich den Herren wohl einen heißen, selbstgemachten Holunderbeersaft anbieten? Und meine Frau Bertha. Zauberhaft. Darf ich mich vorstellen? Hochfotograf. Emil Bühler. Sie sind wegen der Fotoplatten hier, nicht? Exakt. Mein Mann hat früher während des Studiums selber fotografiert. Ach, im ganz kleinen, bescheidenen Rahmen. Er hat sogar seine Kamera selber gebaut. Respekt. Umgebaut. Und, äh, was wollen Sie hier mitbauen? Einen Wagen, der nicht mehr von Pferden, sondern von einem Motor angetrieben wird. Von einem Motor? Was für ein Motor soll denn dazu in der Lage sein? Ein Gasmotor. So, so. Aber er ist noch lange nicht fertig. Aber die Pläne dafür sind fertiggestellt. Er muss eben nur noch gebaut werden. In Bistolen? Sie hätten noch die Möglichkeit, ganz groß einzusteigen, Herr Bühler. Ach, wirklich? Bertha. Nun, äh, um ehrlich zu sein. Die Zukunft zu gestalten, kann ja niemals falsch sein. Nicht mal? Also, da bauen wir Ihren Motor. Benz. Herr Bühler. Sie. Sie... Musik Wenn erst mal der Anfang gemacht ist Musik 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 Bei der ganzen Arbeit musst du dir mal eine Pause geben. Aber die Arbeit ist noch nicht verendet. Was soll ich ihm sagen? Da ist er ja. Der Mann der Stunde. Darf ich vorstellen? Karl Benz und Gattin. Na? Ja, wir sind schon ungeheuer neugierig. Jetzt erzählen Sie doch mal meinen Freunden von ihrer fulminanten Erfindung. Der Motor ist doch sicherlich schon fertig. Nicht wahr? Sehr bald. Du hast schon wieder die ganze Nacht durchgearbeitet. Karl, du musst etwas Heißes trinken und etwas essen. Und danach legst du dich erst einmal hin. Lass mich bitte. Du kannst auf keinen Fall so weitermachen. Du brauchst Ruhe. Dafür ist keine Zeit. Die Kinder beklagen sich, dass sie dich kaum noch zu Gesicht bekommen. Ich werde jede Stunde brauchen, um hier fertig zu werden. Bühler hat mir eine letzte Frist bis zum Jahreswechsel gesetzt. Er verlangt mir meine Resultate. Ja, und du bist der Einzige, der diese Resultate erbringen kann. Sei doch nicht so naiv. Glaubst du wirklich, ich bin der Einzige, der über die Motorisierung nachdenkt? Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis wir in der Zeitung lesen können, dass meine Idee überholt wurde. Nee, es ist sowieso noch nicht. Bloß eine Idee. Und wenn der Gasmotor nicht funktioniert, dann wird doch der Motorwagen eine fixe Idee bleiben. Aber für den interessiert sich ja sowieso niemand. Gesegnete Weihnachten, Großvater. Und danke. Luisa. Gesegnete Weihnachten, Großvater. Herzlich willkommen. Gesegnete Weihnachten. Mein Lieber. Warte. Warte. Vater. Herzlich willkommen zu Hause. Mutter. Na endlich. Ach, unser Besuch ist schon ganz ungehalten. Großvater. Dürfen wir uns auch jetzt den Weihnachtsbaum anschauen? Auch das. Ach, ist der schön. Korinna. Schön, Sie wiederzusehen. Was denn? Frau Benz. Meine Frau und ich, wir wollten auch Ihnen die besten Wünsche zum Fest gern persönlich übermitteln. Gesegnete Weihnachten. Gesegnete Weihnachten. Was ist das denn? Eine kleine Aufmerksamkeit. Für uns? Nun, zu gern. Und? Wo bleibt ihr denn? Unser tüchtiger Erfinder. Er erfindet. Das scheint heutzutage großmode zu werden. Wir leben wahrlich in aufregenden Zeiten. Das kann man wohl sagen. Wirklich. Aufregende Zeiten. Dann übermitteln Sie doch bitte Ihren Mann ebenfalls unsere besten Wünsche. Wenn Sie ihn sehen. Du wunderst dich bestimmt, dass wir dir nicht von Korinors Hochzeit erzählt haben. Sie sah nicht wirklich glücklich aus. Sie führt genau das Leben, das sie sich gewünscht hat. So wie du. Ja. Ich habe einen Ehemann, der mich liebt und respektiert. Ist das Liebe? Dich und die Kinder mit hoffnungslosen Fantasien zum Gespött zu machen? Ist das Respekt? Gehen wir lieber wieder zu den Kindern. Sie wollen sicher nicht länger auf die Bescherung warten. Das war ein Fehler, Bertha. Jeder weiß es. Dein Mann ist am Ende erst bis über beide Ohren verschuldet. Er hat einen sehr bedeutenden Investor. Den er womöglich verlieren wird. Aber ich werde ihm nicht helfen. Nicht noch einmal. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, dein Kleid will nicht was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, dein Kleid will nicht was lehren. Warum muss Vater denn sogar heute arbeiten? Er hat eben viel zu tun und er tut es für uns. Aber heute ist doch Silvester. Und wir machen Bleiwiesen. Na los, jetzt musst du es rausholen. Na los. Gute Nacht. Schlaf schön. Mutter? Ja? Wird das neue Jahr ein gutes Jahr? Das wird es ganz bestimmt. Wir müssen nur ganz fest daran glauben. Wir müssen nur ganz fest daran glauben. Sieh mich an. Wir können nicht so weitermachen. Nicht mehr. Ich will dich nicht verlieren. Kein Traum ist das weg. Komm, bitte hör mir zu. Ich will dich nicht verlieren. 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 Leben. Was, Benz? Aber das ist erst der Anfang. Die Produktion der Motoren kann noch viel weiter angekurbelt werden. Aber dazu brauchen wir mehr Kapital. Wir werden Ihre Firma in einer Aktiengesellschaft umwandeln. Aktiengesellschaft? Ja, klar. Mehr Kapital, mehr Produktion, mehr Gewinn. Und alle sind glücklich. Die Leitung meines Unternehmens? Wie bitte? Die Leitung meines Unternehmens? Na ja, Sie bleiben natürlich das Genie. Bauen Sie weiter schön Ihre Motoren. Wer könnte das schließlich besser? Und wir Aktionäre kümmern uns um die finanziellen Angelegenheiten, damit Sie den Rücken frei haben. Und wer wird sich an dieser Gesellschaft beteiligen? Ich habe bereits mit einigen Leuten gesprochen. Großartige Leute. Hochanständig. Und sehr, sehr gut betucht. Benz, die Chance werden Sie sich nicht entgehen lassen. Ja, kräftig. Ja. Nun sieht es diesem Stück Papier nicht an. Aber es ist wertvoll. Das neue Kapital fließt direkt in die Produktion. Ich höre, dass sind die von Manstedts ebenfalls beteiligt. Scheinbar wollen sogar Sie sich den neuen Möglichkeiten nicht weiter Stuhl verschließen. Seid nur immer auf der Hunde. Bei dir noch ein wenig nach unten. Da haben Sie recht. Ich möchte für dich und deine Kinder doch nur, dass du einmal glücklich bist. Einfach glücklich. Ohne Sorgen. Ich wünsche mir für mein Leben nichts mehr als das. Gasmotorenfabrik Mannheim. Kraldez. Schnappel, Schnappel. Das macht aber sehr. An die Arbeit. Somit ist das Gasmotorsystem Benz nicht nur absolut zuverlässig, sondern zeigt auch dank geringer Tourenzahlen nur minimale Abnutzung. Das macht unser System einmalig. Es benötigt kein Gasschieber, kein Zündschieber, keine Zündflammen. Und ist daher nicht nur geruchlos, sondern auch ohne jegliche Feuergefahr. Was ihm für einen pferdelosen Motorwagen geradezu prädestiniert. Ich halte dies demnach für den nächsten Schritt, den wir gemeinsam machen sollten. Herr Benz, vor allem Respekt. Langweilen Sie uns nicht mit diesen Details. Erzählen Sie uns lieber die Wahrheit. Wie meinen Sie das? Sagt Ihnen der Name Gottlieb Daimler irgendetwas? Herr Daimler hat bereits zusammen mit einem gewissen Nikolaus Otto einen Gasmotor zur Serienreife entwickelt. Und wie mir zu Ohren gekommen ist, will er diesen Motor benutzen, um damit ein Fortbewegungsmittel anzutreiben. Kurioserweise also genau das, was Sie sich angeblich überlegt haben. Nun, die Wahrheit ist, Herr von Manstedt, dass ich bislang nicht das Vergnügen hatte, Herrn Daimler kennenzulernen. Tja. Ich weiß nur, dass sich sein Motor grundlegend von meinem unterscheidet. Wie kann es dann sein, dass diese Gasmotorenfabrik aus Deutz unter anderem juristischer Schritte von Ihnen verlangt, die Produktion einzustellen? Aufgrund einer Patentrechtsverletzung. Mit einer Forderung von 37.000 Goldmark. Herr Binz, Sie mögen ja vielleicht ein erträglicher Erfinder sein, aber von Geschäften scheinen Sie ja nicht die geringste Ahnung zu haben. Mit Ihrem fahrlässigen Verhalten gefährden Sie unsere ganze Gesellschaft. Wir alle haben in bestem Vertrauen und Glauben von Ihnen Aktien erworben. Ich versichere Ihnen, dass ich diese Erfindung völlig eigenständig gemacht habe. Ganz gleich, was Herr Daimler hier fordert. Aha. Bitte. Ich unterbreite Ihnen folgenden Vorschlag. Sie überlassen uns Ihre Anteile an der Gesellschaft, geben die Geschäftsführung auf und reden uns alle künftig entstehenden Patentrechte ab. Im Gegenzug schaffen wir diese unliebsame Angelegenheit aus der Welt. Nicht wahr? Das ist mit Sicherheit nicht Ihr Ernst. Das kann ich nicht. Das ist doch meine Firma. Das sind doch meine Erfindungen. Herr Binz, wenn Sie weiterhin die Herrschaft über Ihre Erfindung behalten wollen, dann werden Sie auf uns alle als Aktionäre und Investoren verzichten. Zudem werden Sie alleine für die Forderung aus Deutsch gerade stehen. Wollen Sie das Ihrer reizenden Familie zumuten? 37.000? Das ist mehr als... Der Wert von mindestens zehn meiner Motoren. Und wenn wir doch vor Gericht ziehen. Es geht schließlich um die Glürozeln, um die du ganz eigenständig entwickelt hast. Daimler auch. Nur hat er sie sich patentieren lassen. Schneller als ich. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin schwer gemacht. Na schön. Es ist furchtbar viel Geld. Aber die Aktionäre werden dir sicher das dafür nötige Kapital vorstrecken. Karl. Karl. Sie wollen, dass ich alle meine Anteile verkaufe und somit keine Kontrolle mehr über mein eigenes Unternehmen habe. Auf keinen Fall. Uns bleibt nichts anderes übrig, Bertha. Wenn ich Ihrem Angebot nicht nachkomme, dann bedeutet das, neue Schulden aufnehmen. Mehr als je zuvor. Es bedeutet, neue Investoren suchen, bevor ich meine Arbeiter entlassen muss. Ich habe eine Verantwortung auch Ihnen gegenüber. Es bedeutet, es... Es bedeutet, nur mal von ganz vorne anzufangen. Und alles, was wir uns endlich leisten können... Werden wir uns irgendwann wieder leisten können. Und noch viel mehr. Ich glaube an uns, Karl. Ich glaube noch immer an uns. Bitte, Tudor. Blühe, Rose, dem Welt erschaffen zu werden. Herr Bühler? Benz, haben wir eine Verabredung? Nein. Ich will Sie auch nicht lange stören. Haben Sie sich im Sinne aller endlich entschieden? Ja, das habe ich. Oh. Entschuldigung. Ich bin Ihnen sehr dankbar für alles, was Sie für mich getan haben. Aber ich bin nicht bereit, die Zukunft meiner Firma in die Hände von Fremden zu bringen. Unter diesen Umständen ist es mein Wunsch, unsere Vereinbarung gegen die vertragliche Ausbezahlung zu lösen. Sie glauben, Sie kriegen ohne mich und die Aktionäre in dieser Stadt neuen Fuß auf den Boden? Herr Bühler? Herr Bühler? Die Damen? Ich danke euch allen. Es tut mir leid. Danke. Dann ist gut. Vielen Dank, Herr Benz. Deine schweren Geburt wird es meistens schönes Kind. Danke, Josef. Hört was. Alles gut. Und melden Sie sich, sobald Sie uns wieder brauchen. Alles Gute. Ihnen auch, Frau Benz. Ihnen auch. Frau Benz, die Kinder. Josef. Auf hoffentlich bald. Wiedersehen, Frau Benz. Alles Gute. Ihnen auch. Ich verstehe das nicht. Warum müssen wir jetzt schon wieder arm sein? Wir sind nicht arm. Wir müssen nur mehr sparen. So ist das nun mal in der Geschäftswelt. Das ist ein ständiges Auf und Ab. Bei uns geht es aber selten aufwärts. Wisst ihr, wie es ganz schnell wieder aufwärts gehen kann? Wenn ihr mir helft. Frau Benz? Ein Telegramm für Sie. Für mich? Von wem? Augusta Ringer. Na, du? Danke. Na denn. Mutter! Was ist denn los? Gottes Willen, Frau Benz? Wer da? Was ist das hier? Ich habe ihr nur das Telegramm überreicht. Nein. Friedrich Ringer war ein wahrlich großer Mann. Er war ein Mann, der der Härte des Lebens stets mit Toleranz und Sanftmut begegnet ist. Diese Sanftmut hat ihn viel Kraft gekostet. Das war ihm vor allem in den letzten Jahren anzusehen. Sollte im Leben nicht immer Platz für Träume sein, hat er mich einmal gefragt. Ja, das sollte es. Doch es gibt Realitäten, denen wir uns stellen müssen. Der Tod ist eine davon. Verstehen wir den heutigen Tag deshalb als Appell, unser Leben zu überdenken. Denn wer zu lange träumt, wer nicht rechtzeitig erwacht, der läuft Gefahr, sein Leben zu verpassen. Ja, dann, was du da? Hör auf, in deinem Zustand solltest du nicht. Ja, lass mich, geh einfach. Nicht wahr? Alles ist gut, euch. Geh mit deinen Geschwistern. Lass mich dir doch helfen, da. Ich bitte dich. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ich werde nach Ulm reisen. Ja, da warten zwei mögliche Investoren auf mich. Ich werde rechtzeitig wieder da sein. Ich werde nach Ulm reisen. Herr Rose, Herr Esslinger, darf ich betonen, wie sehr ich mich freue, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, ja. Hatten Sie denn Gelegenheit, meine Unterlagen zum Gasmotorsystem zu studieren? Was? Der Prospekt. Ach so, ja, ja. Ihr Motor. Haben wir hier schon viel von gehört? Ich hoffe, nur Gutes. Soll ja recht gute Motore sein. Aber warum produziert ihr Firma so wenig? Mir fehlen die Kapazitäten. Deshalb suche ich Investoren. Sehr gut. Gewinn-Maximierung. Oh! Na warte, na warte, na warte. Gewinn-Maximierung. Aber es gibt da noch etwas anderes, an dem ich arbeite. Nicht was Größeres. Ich habe das noch nie gemacht. Na und, wer an Waage glaubt, die ohne Pferde fahren, wird dir vor so eine kleine Kugelkinder so langsam, oder? Beachtlich. Brudemann. Und? Teilen Sie mein Glauben jetzt? Hm. Hm. Was macht Paterin? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Heute wird ein großer Tag. Untertitelung. BR 2018 Es ist zu weit. Untertitelung. BR 2018 Aus dem Weg, die Damen! Heute die Schafe frei! Aus dem Weg! Bitte! Danke! Danke! Die erste färzlose Funktion! Ohne Magie! Aus dem Weg, Herr Schatz! Aus dem Weg! Nach dem Franzischen Revolution! Der Vorzunehmung! Der Angst! Wunderbar! Wunderbar! Er flattert sich weg! Er flattert sich weg! Herr Bench! Sind Sie verletzt? Herr Bench! Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Der Vergaser hat geleckert. Die Radaufhängung, die hätten wir viel stabiler bauen müssen. Das war furchtbar dumm von uns. Der Wagen ist eben noch lange nicht perfekt. Wie hätten wir das denn wissen sollen, ohne ihn auszuprobieren? Das Wichtigste ist noch, du bist gefahren. Er hat es kaum vom Hof herunter geschafft! Karl! Der Motorwagen ist kein Traum mehr. Er ist heute Wirklichkeit geworden. Herr Bench! Karl! Bench! Und was geht es? Um Ihren Hexenkram. Und was werden Rose und Esslinger davon halten? Von einem Wagen, der Pferdekutschen ersetzen soll, aber nach wenigen Metern zusammenbricht. Ein Wagen, dessen Benutzung hier unter Polizeihandrogen verboten wurde. Was auch immer Sie davon halten. Du musst den Motorwagen weiter präsentieren. Die Menschen sollen wissen, dass es ihn gibt. Nein. Es gibt so viel, was noch verbessert werden muss. Wir werden jetzt erst einmal abwarten. Du kannst nicht länger warten! Was ist, wenn dir erneut jemand zuvorkommt? Vielleicht wäre das ja besser so. Wie meinst du das? Was du damit gemeint hast, habe ich gefragt. Karl, lass ihn doch. Es war kein guter Tag heute für uns alle nicht. Nein! Mein Sohn soll mir gefälligst antworten. Das willst du doch gar nicht hören. Was will ich nicht hören? Lass dich alle für einen rücksichtslosen Spinner halten. Und alle über uns lachen. Alle! Nur wegen deiner sinnlosen Erfindung! Und du? Glaubst du auch, dass meine Arbeit sinnlos ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Diese Uhr hat mein Vater gehört. Sie ist das Einzige, was mir von ihm geblieben ist. Weißt du, was ich damit getan habe? Ich habe sie komplett auseinandergenommen und dann wieder zusammengesetzt. Immer wieder. Weil ich unbedingt verstehen wollte, wie sie funktioniert. Zigaret hier, wenn du willst. Danke sehr. Vater? Hm? Wirst du den Wagen ausstellen? Ich weiß nicht. Dafür müsste ich erst ein neues Modell herstellen. Das kriegen wir hin. Wenn erst mal der Anfang gemacht ist. Nein, danke. Oh, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ich hatte noch die Hoffnung, die Leute, er würde sie mit Kaufangeboten oder so überhäufen. Gar nicht gut. Noch ist der Tag ja nicht vorbei. Ja, aber wenn er vorbei ist, dann ist es womöglich vorbei. Und zwar ganz. Ganz vorbei. Nichts mehr ungut. Ist das der berühmte Motorwagen? Sie haben davon gehört? Sie haben davon gehört? Schon viel öfter, als mir lieb ist. Herr Benz, richtig? Sind wir uns schon mal begegnet? Nur über unsere Anwälte. Gottlieb Daimler. Freut mich trotzdem, Sie kennenzulernen. Mich auch. Wissen Sie, eigentlich sitzen wir beide doch im selben Boot. Wir erfinden bahnbrechende Neuerungen, ernten damit auch einiges Interesse, aber... Interesse allein für keine Auftragsbücher. Vielleicht sollten wir uns eines Tages zusammentun. Sofern unsere Firmen dann noch existieren. Wonach es zumindest in meinem Fall derzeit nicht gerade aussieht. Nein. 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 Du bist schon zurück? Es hätte keinen Sinn, länger zu bleiben. Wie viele Aufträge? Kein einziger! Rose und Esklinge haben alle Investitionen gestoppt. Aber du wirst den Wagen weiter perfektionieren. Und erneut vorführen. Und zwar größer als je zuvor. Bei einer weiteren Ausstellung, wo absolut niemand die erste Zeit zeigt. Bei einer weiteren Testfahrt, die dann erneut radios schief geht. Und dann ruft endlich zerstört. Nein, Bertha. Ich habe dir und den Kindern schon genug zugemutet. Es ist vorbei. Ich habe Willem von Manstedt kontaktiert. Er wäre bereit, meine Schulden zu teken, wenn ich ihm die Rechte am Motorwagen überschreibe. Das kannst du nicht tun. Es ist doch dein Wagen. Und er wird fahren. Du wirst es beweisen. Du darfst jetzt nicht ausgehen, Karl. Nicht jetzt! Ich will nichts mehr davon hören, Bertha! Als ich dich kennenlernte, da wolltest du die Welt verändern. Ja, aber ich habe keine Kraft mehr. Nicht mehr! Wenn du jetzt aufgehst, dann war alles umsonst! Alles, was du getan hast! Was wir zusammen durchgemacht haben, all die Jahre! Ich will einfach nicht glauben, dass wir so zu träumen, ein Ende haben! Der Herr, der Herr! Der Herr! Der Herr! Der Herr! Untertitelung. BR 2018 Herr Benz! Herr Benz! Herr Benz! Der Wagen ist weg! Als ich ankam, da stand das Tor bereits offen und der Wagen ist verschwunden. Soll ich die Gendarmerie verständigen? Herr Benz, wir müssen doch irgendwas unternehmen. Dann kommt er! Ein herrlicher Morgen, ich warte! Ansehnssache! Erfreulich, dass Sie doch noch zur Vernunft gekommen sind. Guten Morgen, Benz! Und? Wo ist er denn? Der Motorwagen. Unterwegs. Unterwegs! Und Ihre Frau? Ach, unterwegs. Auch unterwegs. So, so. Ein interessanter Morgen. Vater wird furchtbar böse sein, dass wir ohne ihn losgefahren sind. Wie gesagt, es soll eine Überraschung sein. Aber der Wagen, der hält eine längere Fahrt noch nicht aus. Doch, das wird er. Das muss er. Genau damit wollen wir ihn ja überraschen. Ihr werdet sich. Wenn wir erstmal bei eurer Großmutter sind, dann wird alles gut. Tja. Unsere Berthe ist wahrlich ein Prachtkerl. Ein Teufelsweib. Wie eine Dame hat sie sich ja nur in den seltensten Fällen benommen. Nicht wahr? Sie ist eben etwas ganz Besonderes. Wahrscheinlich zu besonders für jemanden wie Sie. Sie wird niemals in Pforzheim ankommen. Lieber Benz, frei raus. Ich möchte die Patentrechte, die Sie mir angeboten haben. Und zwar hier und jetzt. Der Vertrag. Wir müssen jetzt kurz vor Wiesloff sein. Also Pferde hätten das so schnell nicht geschafft, oder? Und selbst wenn. Dann hätten Sie spätestens jetzt ausgetauscht werden müssen. Was ist los? Wir haben zu wenig Treibstoff mitgenommen. Was haben Sie eigentlich mit dem Prätent vor, wenn ich es Ihnen überlasse? Nun, das wird Sie zeigen. Werden Sie den Motorwagen weiterentwickeln? Auch das sollten Sie ganz und gar mir überlassen. Werden Sie seinen Bau in Auftrag geben? Das werde ich mit meinem Vater zu beraten haben und zu gegebener Zeit veranlassen. Grüß Gott. Grüß Gott. Was würden Sie wünschen? Führen Sie Fleckenwasser. Da habe ich verschiedene Tinkturen. Wir bräuchten etwas mit Ligruin. Damit kann ich den. Haben Sie noch mehr Flaschen da? Wie viel wollen Sie denn? Alle, die Sie haben. Was ist Ihnen denn passiert? Und wie nennt sich so ein... Es ist ein Motorwagen. Mein Mann hat den gebaut. Karl Benz. Mhm. Ich besorge dann schon mal Nachschub für die Rückfahrt. Danke. Was macht unser Vater denn das? Er hat etwas überaus Wichtiges zu besprechen. Und warum ist unsere Mutter nicht da? Sie hat etwas überaus Wichtiges zu tun. Und wann bekomme ich endlich meine heiße Milch? Ich arbeite dran. Das wird schon. Die Umantelung ist weggescheuert. Und was machen wir jetzt? Meine Güte. Sind Ihnen die Pferde davon gerannt? Sollen wir Ihnen vielleicht eins unserer Pferde leihen? Oder ist dieses Ding gar nicht zum Fahren gedacht? Oh doch. Was ist es? Kommt mal her. Stellt euch zusammen. Ich rede euch um. Versuch es mal hier mit dir. Versuch es mal hier mit dir. Sie glauben also, dass Bertha nicht in Pforzheim ankommen wird? So ist es. Also glauben Sie im Grunde genommen gar nicht an den Wagen. Glauben Sie an den Fortschritt von Manstedt? Glauben Sie überhaupt an etwas? Ich glaube an den guten Verlauf der Dinge, lieber Herr Benz. Die Frage ist doch, woran Sie jetzt noch zu glauben wagen. Und deshalb sollten Sie sich endlich entschließen, zu unterzeichnen, bevor es zu spät ist. Der Mutter schafft das nicht! Wir hätten doch durchs Tat fahren sollen! Bei dem Umweg hätten wir ja noch mehr Zeit verloren. Jan, jetzt! Schiebe! Jetzt! Eugen! Richard! Wo wollen Sie denn hin? Janus? Ich gebe Ihnen im Übrigen recht. Es ist alles nur eine Frage des Glaubens. Eva? Ich glaube, ab hier schaffen wir es wieder allein. Also vielen herzlichen Dank auf 장ab. Hallo! 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 Herr Vance. Herr Vance. Ist alles in Ordnung? Vater. Herr Mutter. Herr Vance hat immer an mich geglaubt. An uns. An uns alle. Und deshalb habe ich heute an Sie geglaubt. Und einen Vertrag nicht unterzeichnet. Sie wird es schon schaffen. Ja, das wird sie. Hier ist Angela Kamm angekommen aus Schwarzheim. Ja. 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 Herr Vance. Sag bitte meiner Mutter Bescheid. Sie muss das unbedingt sehen. Aber Ihre Frau Mutter ist gar nicht zum Hauptse. Sie ist verreist. Ihre Cousine. Wart doch mal. Mutter. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gott. Was ist das denn? Was ist das denn? Und? Was ist das denn? Das ist ja wunderbar. Das ist grandios. Das ist fantastisch. Sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft. Wir haben es geschafft. Das hat mir gefehlt. Wir haben nur zwölf Stunden und 57 Minuten gebraucht. Wir haben nur zwölf Stunden und 57 Minuten gebraucht. Wir haben uns einmal etwas versprochen. Wir haben uns versprochen, dass wir nie aufhören, an uns zu glauben. Wir haben uns verzippel. Untertitelung des ZDF, 2020